Ein Bastard darf nicht Thronfolger werden. Doch eine Frau wäre genauso schlimm. Du wirst mein Auge und Ohr sein und mir alles berichten. Gutmütige, gottesfürchtige Menschen, die ein Anrecht auf den Frieden und die Gerechtigkeit Gottes hatten. Man hat uns verraten. Denkt er wirklich, wir würden seinen Sohn verschoben? Dabei wollen wir dem König zeigen, wie sehr diese Gemeinde im Bau der neuen Kathedrale aufgeht. Eine Kathedrale ist Gottes Vorzimmer. Deswegen muss ich auch eine bauen. Wir stellen diese Kirche fertig, solange Frieden herrscht. Ich habe meinem Vater einen Eid geschworen, dass ich alles tun würde, um Richard wieder zu seinem Titel zu verhelfen. Du bist der Künstler. Ich habe geträumt. Wovon? Von Alijena. Was heute geschrieben steht, kann morgen getilgt werden. Fass mich niemals wieder an! Ich liebe dich, Alijena. Ja, aber ich werde dich niemals... Du hast es Vater versprochen. Ich verkünde die bevorstehende Eheschließung zwischen Alfred und Alijena von Scheimel. Das wird sie nicht kriegen! Nein, Alijena! Wenn er freigekauft ist, wird der Krieg dann weitergehen? Zweifellos, ja. Und auf welcher Seite stehen dann wir? Wir müssen beide Seiten ausspielen. Das gedenke ich zu tun. Es gibt kein König, keine Königin. Es gibt kein Gesetz in diesem Land. Das Blut eurer Frauen und eurer Kinder wird gerecht werden! Ich schwöre bei allem, was heilig ist. Ihr werdet eure Kirche nie bauen. Hör! Und euch zum Trotz, Wolloran Beigott, werden die Menschen von Kingsbridge diesen Frieden finden. Und euch zum Trotz, Wolloran Beigott, werden die Menschen von Kingsbridge diesen Frieden finden.